Ja, grüßt euch Freunde, schönen Start ins Wochenende wünsche ich euch erst mal. Jetzt gibt es hier wie immer den Vorbericht zum nächsten Hertha-Spiel, Sonntag in Rostock. Und ja, da gucken wir mal, wie könnte Hertha denn spielen? Wir haben ja doch einige Ausfälle zu beklagen. Was ist am Gegner stark, was ist an ihm schwach, was erwartet uns in Rostock vielleicht für ein Spiel? Wer fällt bei denen aus, bei den Pressekonferenzen? Gucken wir uns an, wie könnte Rostock spielen, wie könnten wir spielen? Und dann gibt es natürlich noch die Tipps zum jetzt schon zwölften Spieltag. Wir haben ja schon dann über ein Drittel der Saison durch. Das ist schon krass, wie schnell die Zeit immer so verrennt. Und ja, was soll ich euch sagen? Ihr kennt das, alle halbe Jahre passiert mir das mal. Ich weiß nicht, woran es liegt. In Wochen, wo man oder Tagen, wo man überhaupt keine Zeit hat, ihr seht ja, ich sitze hier noch im Arbeitsdresscode, wo man überhaupt keine Zeit hat, passieren immer die tollsten Dinge. Nämlich heute wieder, wie es mir schon so oft passiert ist. Ich habe gerade ein 50-minütiges Video aufgenommen, nämlich das hier, was ich jetzt nochmal aufnehmen werde. Lade mir die Datei runter, um es hochzuladen und entdecke, ah ja, der Ton wurde nicht aufgezeichnet, obwohl auch hier ein Ausschlag angezeigt wurde. Ja super, dann hoffen wir, dass es jetzt klappt. Nochmal nehme ich es dann nämlich nicht auf. Jetzt kann ich hier, wahrscheinlich wird es jetzt viel kürzer, weil ich keine Lust habe, das nochmal alles so detailreich zu erzählen. Also ich war gerade echt kurz davor zu sagen, nee, komm, dann gibt es diese Woche halt mal kein Vorberichtsvideo. Ich habe keine Nerven, das jetzt nochmal zu machen, aber na gut, dann mache ich es eben nochmal. Umso besser habe ich es verinnerlicht vielleicht. Vielleicht ist es dann jetzt auch einfach kompakter. Ja, also erstmal nochmal kurz der Hinweis, sorry, dass ich die Woche so unkonstant Streams und so gemacht habe, aber ich habe echt viel zu tun, gerade was ja gut ist. Aber ja, da muss dann das andere mal ein bisschen drunter leiden. Nächste Woche wird es wieder besser. Nächste Woche ist vielleicht sogar Benni wieder in Berlin. Da können wir vielleicht sogar mal einen Stream wieder zusammen machen. Ja, lasst uns loslegen. Womit fangen wir an? Eckdaten erstmal. Wir spielen Sonntag 13.30 Uhr. Ich muss auch sagen, es ist total ungewohnt für mich. Ich komme da auch an meine Grenzen mit Videos machen, wenn wir drei Spiele in einer Woche haben. Das ist man als Hertha-Fan einfach nicht gewöhnt, weil meistens ist ja auch relativ früh im Pokal dann Schluss. Und da hast du ja dann auch das Samstagsspiel meistens oder sonntags in der ersten Runde und dann war es das. Wenn dann aber so eine englische Woche ist, ist es schon cool, muss ich sagen. Wenn du immer nur so zwei Tage, zwei, drei Tage zwischen dem nächsten Spiel hast, dann hast du schon wieder eine Pressekonferenz. Also mir macht es schon sehr viel Spaß, aber da stoße ich an meine Grenzen. Ein Glück spielt Hertha nicht jedes Jahr Champions League, sonst würde ich ja gar nicht alles schaffen. Nein, also es ist schon sehr cool, vor allem, wenn man die so erfolgreich bestreitet, was wir häufig auch nicht gehabt haben in englischen Wochen, wenn wir sie dann mal in der Bundesliga zum Beispiel hatten. Ja, wir spielen Sonntag 13.30 Uhr. Stream werde ich machen für alle, die keine Karten mehr bekommen haben. Ich habe gesehen, suchen immer noch Leute. Karten waren ja sehr, sehr schnell restlos ausverkauft. 2.600 werden uns nach Rostock begleiten, wird ein ausverkauftes Stadion geben. Ich hoffe sehr, dass es zu keinen Ausschreitungen kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da leider so ein bisschen Befürchtungen vor. Ich hoffe sehr, dass alle, die hinfahren, auch wieder heil nach Hause kommen, dass es keine Ausschreitungen gibt, dass nicht wieder, es ist gerade so gut, ruhig um Hertha alles. Perfekt wäre natürlich ein Sieg und tolle Stimmung, aber dass da nicht irgendwas passiert, wo sich dann wieder alle Medien die Hände reiben oder irgendjemand verletzt wird oder so. Das wünsche ich mir natürlich sehr und dass ihr da alle, die da hinfahren und unsere Mannschaft super unterstützen, auch heil wieder zurückkommt. Ja, was kann man sagen? Wer fehlt bei Hansa Rostock? Bei Hansa Rostock, Lukas Hinterseer, kennen vielleicht viele von euch noch jetzt bei Rostock. Früher auch Bundesligaspieler, Bochum, Ingolstadt und so weiter hat er gespielt. Simon Reinfeld, Lukas Schärf und Milos Brozov, ich kriege einen Zungenbrecher immer jedes Mal, Brozovski, so sage ich es einfach mal. Die fehlen, ansonsten können sie relativ aus dem Vollen schöpfen. Bei uns fehlen die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Rochel, Ibo, Maser, Palco Dardai, Benze Dardai, Kempf, Leistner, beide rot gesperrt bzw. gelb-rot gesperrt und Duziak fehlt auch leider weiterhin. Gerade bei unserem dezimierten Mittelfeld wäre Duziak auf jeden Fall eine coole Alternative. Und ja, dementsprechend gibt es ein paar Möglichkeiten, wie Pal spielen könnte, wobei er einige auch schon selbst ausgeschlossen hat. Auf der Pressekonferenz würde ich mal so sagen, aber da kommen wir später nochmal zu. Was kann man zu Hansa Rostock sagen? Erstmal vielleicht tabellarisch anfangen. Hansa Rostock ist auf Platz 15, wir sind auf Platz 9. Aber uns trennen halt nur drei Punkte. In einem Fall von einer Niederlage von uns würde Rostock punktgleich mit uns sein, obwohl sie halt sechs Plätze hinter uns sind, auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Würden aber wahrscheinlich, hoffentlich, toi toi toi, hoffentlich habe ich sie jetzt nicht gejinxt, nicht an uns vorbeiziehen, weil sie haben eine Tordefrenz von minus sechs, wir haben eine von plus zwei. Also wir müssten mit mehr als vier zu null gewinnen, um uns auch in der Tabelle vorbeizuziehen. Das hoffen wir mal jetzt nicht. Mit dem Unentschieden bleiben wir beide gleich weg voneinander und wir sind so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle, je nachdem wie die anderen halt auch spielen. Mit einem Sieg, das wäre echt immens wichtig, würde man richtig dran schnuppern, oben nochmal ranzukommen, muss man sagen, weil Stand jetzt, da sind auch einige Partien zu bespielen. Aber einfach nur mal, wenn wir jetzt spielen und gewinnen würden und die anderen erst später spielen, dann hätten wir genauso viele Punkte wie Hannover, Kaiserslautern, Elversberg und Nürnberg. Also von Platz fünf runter. Und dann noch ein Punkt Rückstand auf Kiel, drei Punkte Rückstand auf Hamburg. Dafür müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen, aber dann auch schauen, wie eben die anderen Mannschaften so spielen. Was kann man über Rostock sagen? Rostock ist, ein bisschen zurückgreifen mal noch vielleicht, Alois Schwarz ist Trainer geworden, da waren sie echt akut abstiegsgefährdet. Und Alois Schwarz ist halt so ein Trainer alte Schule, das ist jetzt kein berauschender Fußball, sondern erstmal sicher stehen und dann viel halt auch mit Flanken arbeiten, schnelleres Umschalten, aber vor allem wenig Fehler machen. Und Hansa Rostock, er hat es geschafft mit denen, den Nichtabstieg. Er hat sofort eingeschlagen, seinen Fußball, den er spielen wollte. Und dann sind sie echt super in die Saison gestartet. Vier Spiele, drei davon gewonnen. Also von zwölf möglichen Punkten neun geholt nach vier Spielen. Ich glaube nur gegen Hannover verloren. Dann aber der Turnaround. Sie hatten wirklich am Anfang teilweise auch das Spielglück auf ihrer Seite. Wenn man jetzt an so ein Spiel denkt wie Elversberg zum Beispiel. Elversberg, ich glaube die konnten das 2-0 machen in der 90. Verschießen Elver und dann macht Perea in seinem ersten Spiel für Hansa Rostock in der 90. plus 8 und 90. plus 13 noch den Sieg für Hansa Rostock. Und jetzt ist es irgendwie ein bisschen umgedreht, muss man sagen. Also sie haben jetzt tatsächlich sieben, an der Zahl sieben ihrer letzten acht Pflichtspiele verloren. Wir haben nur einen Sieg geholt da drin. Das war gegen Eintracht Braunschweig, die ja auch letzter in der Tabelle sind. Also da sieht es ergebnistechnisch nicht gut aus. Und auch was das Quäntchen Glück angeht. Und dementsprechend kommt es für meine Begriffe darauf an, dass wir eben gar nicht zulassen, dass sie sich dieses Glück oder Momentum, was so eine große Rolle im Fußball spielt, diese Zentimeterentscheidung. Wenn eine Schlüsselszene klappt, wie dann auf einmal alle anderen 50-50-Situationen auch wieder auf deiner Seite sind, weil du als Team daran glaubst, weil du dafür kämpfst, weil du mit dem Kopf nochmal den Zentimeter mehr mitgehst. Und das Gegenteil ist natürlich der Fall, wenn du in so einer Negativspirale bist, was sie derzeit ein bisschen haben, auch was das Pech angeht. Sie haben auch am Mittwoch im Pokal gespielt, sind rausgeflogen, haben bis zur 95. Minute 2-1 in Nürnberg geführt. Das zeigt auch, dass sie echt keine schlechte Mannschaft sind, weil Nürnberg, wissen wir, sehr, sehr heimstark und sowieso gerade mit einer guten Phase. Bis zur 95. geführt und 96. kriegen sie es 2-2. Und dann verlieren sie sogar noch durch Low Camper auch in der Verlängerung mit 3-2. Da zählt jetzt auch keine Ausrede, dass wir hier völlig ausgepowert waren im Pokal, weil wir nicht so gut genug rotieren können und alle fertig sind. Die Rostocker haben auch am Mittwoch gespielt und in sogar 120 Minuten, wenngleich sie ein bisschen umgestellt hatten und rotiert haben. Davor das Spiel ähnlich wie in Wiesbaden. Da müssen sie eigentlich mit 1-0 durch den Zombien per Elfmeter in Führung gehen. Machen sie nicht, verschießen den Elfmeter und kriegen in der 89. Minute das Tor von Bretagien rein. Also das ist so gerade Hansa Rostock. Und ich glaube, da kann es schon entscheidend sein, wenn du es irgendwie hinkriegst, was schwer genug wird, aber vielleicht ein frühes Tor zu erzielen. Das macht so viel aus in den Köpfen. Wir sehen es auch in der 1. Liga gerade, ob das Mainz ist, ob das Köln ist, ob das Union ist, wo so vieles geklappt hat die letzten Jahre. Auch manchmal mehr, als man denen eigentlich von der Qualität her zutrauen würde. Man meinte, wie kann das alles immer klappen? Die sind vom Mindset auch so perfekt drauf, dass sie so lange selber daran glauben, bis sie es realisieren. Und dann irgendwann schlägt es halt auch extrem negativ aus. Und davon könnten wir eigentlich profitieren. Die letzten Jahre hätten wir so eine Spiele ja eigentlich immer verloren. Also wenn wir mal so daran denken, Aufbaugegner Nummer 1, Hertha BSC. Okay, klar muss man auch sagen, da hat man dann auch immer einen Filter vor den Augen, weil man halt auf seinen Verein guckt. Das sagen, glaube ich, viele Leute über den Klub, von dem sie Fan sind. Aber das war ja schon so. Also alleine hier letztes Jahr Materazzo ist jetzt im oberen Drittel der Tabelle mit Hoffenheim. Der wäre gar nicht mehr Trainer. Hätten wir da gegen die Mannschaft, die seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen hat, mal gewonnen in Hoffenheim, die auf Platz 18 stand. Wahrscheinlich wären die nicht mal mehr in der Bundesliga Hoffenheim. So ist Materazzo geblieben, hat alles zum Guten gewendet. Und dieses Jahr ist es ab und an schon mal ein bisschen anders. Gegen Mainz hätten wir doch sonst die letzten vier Jahre immer verloren. Bo Svensson hätte 4-0 gegen uns gewonnen im Pokal und hätte die Wende eingeleitet und wäre am Ende mit Mainz noch Sechster geworden. So haben wir 3-0 gewonnen. Mainz ja komplett enttäuscht, aber wir waren auch wirklich gut. Bo Svensson hat dann den Job fallen lassen, beziehungsweise ist selbst gegangen. Also es ist schon eine andere Mannschaft. Man spürt das ja auch. Das ist ein Teamspirit, der da ist. Und das muss man nutzen, dass man auch irgendwann vielleicht mal den dritten Sieg in Folge, Pflichtspiel-Sieg in Folge einfahren kann. Ich meine, eine ähnliche Situation hatten wir gegen Nürnberg. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen abhält, jetzt euphorisch zu sagen, nee, ganz ehrlich, wir spielen genauso gut wie gegen Mainz und dann gewinnen wir das Ding auch. Weil wenn wir sowohl defensiv als auch offensiv so agieren wie gegen Mainz, so mannschaftsdienlich, so konzentriert, so heiß, dann gewinnen wir in Rostock. Da bin ich mir sicher. Aber das ist halt die Frage. Nürnberg war halt so ein Rückfall. Es gibt halt auch immer wieder mal Rückfälle. Aber der für mich so unerklärlich war und schockierend, dass ich mich da irgendwie nicht traue, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Naja, auf jeden Fall trifft mit Hertha eine sehr, sehr effiziente Mannschaft. Wenn du dir mal die Expected-Goals-Werte anguckst, dann überperformen wir da sogar. Ich weiß, diese Statistik sagt nicht für alles was aus, aber sie ist schon auf jeden Fall genauer als die Abschlüsse. Weil ein Torschuss sagt für mich noch nicht aus, wo war der Torschuss, aus welchem Winkel und so weiter. Das ist bei den Expected-Goals-Werten dann schon anders, weil die ja auf Vergangenheitswerten beruhen. Und mit Hansa Rostock eine sehr ineffektive Mannschaft. Also wenn es gut für uns läuft, haben wir vielleicht auch gar nicht viele Torchancen, aber nutzen diese Eiskite, während Hansa Rostock das eben nicht tut. Hansa Rostock zum Beispiel, dieses letzte Heimspiel gegen Kiel, hatten sie unfassbar viele Chancen. Alle nicht genutzt und am Ende 3-1 gegen Kiel verloren, die einfach nur effektiv waren vorm Tor. Das könnte natürlich nur Hoffnung sein. Ist auch total wild. Hansa Rostock hat mehr Abschlüsse in der Liga als wir. Das sagt erstmal nichts über die Qualität aus, aber sie haben mehr Abschlüsse als wir. Haben allerdings nur halb so viele Tore. Wir haben 22, sie haben 11. Also das sagt schon ein bisschen was darüber aus. Man muss sagen, beide Mannschaften sind nicht gerade sonderlich standardstark. Hertha sogar noch schwächer, was die Chancenkreation oder die Gefährlichkeit von Ecken und Freistößen angeht. Beide keine gute Passquote. Rostock glaube ich sogar die schlechteste Passquote der gesamten Liga mit 76,8. Liegt aber auch ein bisschen an deren Spielweise, weil sie halt sehr schnell vertikal spielen. Immer progressiv nach vorne schnell. Viele Flanken auch schlagen. Da hast du halt eine größere Streuung drin. Aber trotzdem ist das wirklich keine gute Passquote. Hertha auch nicht wirklich gut mit 81,8. Aber dann noch etwas besser. Beides Mannschaften, die über wenig Ballbesitz verfügen. Da haut jetzt natürlich die Statistik vom letzten Spiel gegen Paderborn rein, wo wir 28 Prozent Ballbesitz hatten. Hertha 46 Prozent Ballbesitz. Rostock 45. Also es sind so Statistiken, wo du dir so denkst, wer übernimmt jetzt das Zepter? Es ist natürlich auch ein anderes Spiel. Das hat Pardade und Jack Ernst ja auch gesagt in der PK als gegen Mainz. Weil wenn gleich Mainz eigentlich nie wirklich gefährlich wurde, was ja auch an uns lag, außer vielleicht in der ersten Halbzeit dieser Lattenschuss und immer mal wieder Chancen, ist ja Mainz trotzdem die Mannschaft gewesen, die ein bisschen mehr, sagen wir mal, versucht hat, Spielkontrolle zu bekommen. Hatten auch mehr Ballbesitz und so weiter. Jetzt treffen wir auf eine Mannschaft, die uns wahrscheinlich den Ball überlassen wird und sagen wird, ja, dann macht ihr mal. Und da bin ich gespannt, was wir damit anfangen können gegen vielleicht auch tiefstehende Rostocker, wo wir immer wieder die Konterabsicherung auch im Hinterkopf haben müssen. Ich glaube, wenn man sich so diese ganzen Durchschnittswerte anguckt, normalerweise sollte es für einen neutralen Beobachter jetzt nicht so ein interessantes Spiel werden. Aber manchmal sind diese Spiele, wo du so keine gute Passquote bei beiden Mannschaften hast, beide keine Ballbesitzmannschaften, völlig wild. Und es passiert ein Fehler nach dem anderen und es geht nur hin und her. Also wer weiß. Aber es wirkt, deutet alles für mich auf ein Spiel hin, was für einen neutralen Beobachter zähe Kost wird. Rostock ist ziemlich kopfballstark, schlagen wie gesagt auch viele Flanken, drittmeiste Flanken der zweiten Liga, arbeiten da viel mit Kopfballen. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen, weil wir ja unsere Innenverteidigung umstellen müssen und wir ja eigentlich auch ziemlich kopfballstark im Zentrum sind. Mal gucken, wie wir das ersetzt kriegen. Rostock kopfballstark in der Defensive als auch in der Offensive. Sie sind sehr, sehr aggressiv. Zweitmeiste Fouls der Liga. Damit müssen wir rechnen, da müssen wir gegenhalten. Deswegen so eine Spieler wie Seevolk vielleicht auch gar nicht schlecht. Aber so Spieler wie Reze und so Winkler, die werden sicherlich das eine oder andere Mal gefällt werden. Also es spricht nicht vieles für ein tolles Spiel, aber ist mir erstmal auch alles egal. Hauptsache wir gewinnen dort irgendwie und dann wäre es die perfekteste Woche, die ich mir hätte vorstellen können. Und danach kommt dann das Heimspiel gegen den KSC. Habe ich schon gesagt, wer bei uns fehlt? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich schon gesagt habe, weil ich ja das Video schon mal aufgenommen habe. Ich glaube ja, ich habe schon vorgelesen, wer fehlt. Die PK kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Guckt euch die noch an, zumindest die letzten fünf Minuten. Das war so eine lustige PK. Pahl hat so ein bisschen, der wirft ja da keine Nebelkerzen. Er sagt genau das, was er denkt. Er hat gesagt, Clemens war gut. Mal gucken, ob Clemens auf der 6 oder IV spielt. Also es steht ja fast schon klar, dass er spielt. Marthorn wird wahrscheinlich zurückrücken, wobei er da auch gesagt hat, könnte auch ein bisschen weiter vorne sein. Seevolk wäre eine Alternative für die 6er-Position. Also er hat da eigentlich schon gesagt, was er so vorhat. Und man hat sich das ja auch denken können. Also Clemens neben Marthorn war ja schon ein bisschen so, als ob die sich hätten einspielen sollen, um dann eben der Ersatz zu sein für Leistner und Kempf eine Position weiter hinten. Die Frage ist, wie stellst du dann um? Das gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal an. Was ich auf jeden Fall übelst lustig fand, war, wie Pahl einen kleinen Seitenhieb gegen BZ und Bild gemacht hat. Und er hat dann so gesagt, könnt ihr euch ja mal selber angucken, aber er hat dann so ungefähr sinngemäß gesagt, naja, das ist ja hier für Tiag Ernst, der mit bei der Pressekonferenz war, auch eine Ausbildung. Und deswegen müsst ihr jetzt mal schwierige, komische Fragen stellen. Hier, BZ-Bild, stellt ihr doch mal eine komische Frage an Tiag. Also erstmal kleiner Front. Dann haben sie so eine Frage gestellt, naja Tiag, du hältst ja gut und jetzt bist du Stammkeeper, wie ist denn das nächsten Sommer oder Wintertrinkslager, da musst du dich ja wieder stellen, dann geht es ja wieder von vorne los. Und Tiag dann total selbstsicher dann so gesagt, ja, ich mache mir darüber im Moment eigentlich gar keine Gedanken und so weiter. Dann sagt Pahl so, nee, falsch, musst du so antworten, musst sagen, ich weiß, was ich kann, ich vertraue auf mich selbst, aber ich weiß auch, wie gut meine Kollegen sind, hat er ihm dann so diesen typischen Baukasten vorgesagt, was man als Standardantworten sagen muss. Dann sagt er, ich bedanke mich für die Frage und so, ich musste so abfeiern. Ich finde ja Pahl sowieso unfassbar unterhaltsam, aber er ist recht, wenn er ein bisschen entspannt ist, weil man irgendwie zwei Spiele gewonnen hat, dann wird er immer so lustig. Ich finde das, ich weiß nicht, ich finde das total lustig und auflockernd, diese Art und Weise. Und was ich zu Tiag nochmal sagen muss, ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht habt ihr das ähnlich gesehen. Tiag, ernst, sehe ich ja sowieso mal als krass guten Torhüter mit seinen 20 Jahren, wie abgeklärt der ist. Und der wirkt auch auf mich wie ein Musterprofi. Ich glaube, der ist jetzt keiner, der hier jedes Wochenende Halligalli irgendwo macht. Der wirkte so abgezockt, wie er auf dem Spielfeld ist und abgeklärt, auch auf der PK. Klar, es war für mich wirklich, ich habe es erst nur gehört und dann auch hingeguckt, Tiag, ernst, war für mich auf der PK 1 zu 1 wie ein junger Nationalspieler, den der Trainer, in dem Fall dann Nagelsmann, mal mitnimmt zur Pressekonferenz von Deutschland. Diese Fragen waren, und das meine ich in dem Sinne nicht negativ, die waren so glatt gebügelt, so, es hört sich jetzt negativ konnotiert an, aber es ist gar nicht negativ gemeint, sondern sie waren schon so easy, sie waren nicht selbstüberschätzend, sie waren aber auch nicht ohne Selbstbewusstsein. Sie waren klar in dem, was er sagen will, nicht geschlottert, nicht um den heißen Brei geredet, waren irgendwie sympathisch, aber auch nicht zu weich oder einschleimend. Also es war, wie wenn so ein junger Spieler, der ein bisschen was im Kopf hat, dann mit darf zur PK bei Deutschland. Ich weiß nicht, vielleicht ging es auch nur mir so, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also auch in dem Bereich könnte ich mir das später mal sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ich würde sagen, habe ich jetzt viel gelabert, gehen wir mal rein, wie könnte denn Hansa Rostock spielen, wie könnte Hertha spielen und was würde ich mir vielleicht auch so ein bisschen wünschen und danach gibt es noch die Tipps. So, das ist eigentlich so die Grundformation, die Hansa Rostock meistens spielt, ja, auch im Ligabetrieb. Das ist ein 3-4-2-1, beziehungsweise gegen den Ball eher ein 5-2-2-1, 5-4-1 so gegen den Ball. Im Tor Kolke, das steht fest, ja. Die Krake-Kolke ist vielleicht jetzt nicht fußballerisch der beste Keeper, aber der ist auf der Linie unfassbar stark, muss man wirklich sagen. Rossipal, Rosbach und Van der Werf. Van der Werf auch schon mit zwei Toren, auf den musst du auf jeden Fall aufpassen. Gerade dann auch mal bei hohen Bällen. Schumacher und Strauß links und rechts auf der Schiene, können auch sehr, sehr defensiv orientiert sein. Dressel und Ingelzson, so auf einer Doppel-Sechs. Ingelzson vielleicht sogar der ein bisschen offensivere Part dann noch. Kinzombi und Fröhling so als Halbraumstürmer und vorne Perea, die Leihgabe von Stuttgart. Das ist so, von einer Grundformation wechseln vom Personal kannst du ja dann immer noch, das ist so die Grundformation, die sie häufig gespielt haben. Gegen Nürnberg haben sie aber umgestellt und es hat eigentlich gut funktioniert. Von daher ist die Frage, ob sie dabei bleiben. Da haben sie nämlich mit Viererkette in der Grundformation agiert. Also auch wieder Kolke im Tor. Rossipal ist auf die Linksverteidigerposition gerutscht. Rosbach und David, der junge David, ist ja Jonas David, Jonathan David, der ist ja glaube ich vom HSV ausgeliehen oder haben sie ihn fest verpflichtet. Der ist mir letztes Jahr beim HSV aufgefallen, der hatte immer wieder Fehler drin, ist erst 23. Ich finde den eigentlich gar nicht schlecht. Und auch im Spiel gegen Nürnberg war der eigentlich nicht schlecht. Rechts hat Neidhardt gespielt, Dressel dann so defensiver Sechser. Vasiljades, die Verpflichtung von Absteiger Bielefeld, den hätte ich ja eigentlich als absoluten Stammspieler da gesehen. Kommt noch nicht zu so viel Spielzeit, durfte aber am Pokal ran. Links Fröhling, rechts Strauß in einer offensiveren Rolle, so ein bisschen wie Seevolk, wenn der bei uns Flügel spielt. Ist ja eigentlich eher so defensiver orientiert, aber kann halt auch, Schiene ist ja sowieso dann die ganze Seite. Ingezorn hinter der Spitze und Junior Brumadu hat auch getroffen und hat gespielt von Anfang an. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, Sie haben ja jetzt auch 120 Minuten abgerissen. Es ist ähnlich wie bei uns, dass die Spieler das nicht sehr gewohnt sind, glaube ich. Drei Spiele in acht Tagen. Also könnte durchaus sein, dass da wieder zurück rotiert wird. Sowohl von der Grundformation als auch vom Personal, dass ein paar Spieler draußen bleiben. Aber vielleicht haben sich ein paar auch einfach in die Startelf durch die gute Leistung katapultiert, wenn sie fit genug sind. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Hertha. Das wird der Trainer dann entscheiden. Wirkt derjenige müde? Ist er spritzig? Ist er fit? Ist er heiß? Und dementsprechend wird er dann personell aufstellen. Was seine Taktik ist, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, dass er gegen uns wieder auf Dreierkette umstellt. Aber es ist jetzt nur so eine Vermutung. Sie haben, wie gesagt, ja auch Spieler, die jetzt in dem System dann auf der Bank saßen. Wie zum Beispiel ein Kinzombi, den sie, glaube ich, von Sandhausen vor der Saison geholt haben. Oder auch der letzte Saison unfassbar wichtiger für sie war als Pröger. Kann auch für Rostock ja ein Unterschiedsspieler sein. Also da gibt es schon noch ein paar Spieler, die sie bringen können. Ich denke, dass er wieder mit Perea anfängt. Aber vielleicht hat sich Junior Bromado jetzt empfohlen, auch für die Startformation. Vasiadis, genauso bin ich mal gespannt. Ich finde, Vasiadis ist eigentlich echt kein schlechter Spieler. Wundert mich, dass der sich noch nicht komplett durchgesetzt hat bei Hansa Rostock und da nicht am Stammpersonal vorbeikommt. Also gucken wir mal, wie das aussieht. Ich glaube, da wird ein bisschen rotiert werden. Ja, kommen wir zur Hertha. Da wird jetzt die Frage sein, wie kriegt unser Pal Dardai das hin? Wie kriegt er es hin, dass wir nicht... Oh, wir kriegen den Pfeil jetzt hier weg. Ich kriege den Pfeil nicht weg. Tut mir leid, das ist noch aus dem alten Video. Ah, hier, Pfeile löschen. Wie kriegt Pal Dardai es hin, dass wir jetzt eben nicht wieder in diesen Nürnberg-Modus verfallen? Weil, sind wir mal ehrlich, wir haben jetzt Schalke nicht an die Wand gespielt. Auch da gab es viele Sachen, die glücklich waren, genauso wie gegen Holstein Kiel vorher. Wie schafft man es denn, dass man konstant immer diese Intensität, die Bereitschaft, aber auch dieses spielerische Element auf den Platz kriegt und dann nicht wieder im dritten Spiel ein völlig anderes Gesicht zeigt? Weil Nürnberg, wenn dieses Spiel nicht gewesen wäre, das hat mir so einen Schock versetzt, wie man da so alte Muster zurückverfallen kann, dass ich auch hier ein bisschen Schiss habe. Wie kriegt das Pal Dardai hin? Wie kriegt er gegen eine Mannschaft, die sehr, sehr flankenbasiert spielt, Kopfballstark ist? Wie kriegt er dieses Loch gefüllt, das Leistner und Kempf hinterlassen? Weil da sind sie wirklich sehr, sehr stark. Bei Leistner ist er auch so ein cleverer Typ, der weiß, dass er gegen ganz, ganz viele Spieler ein Tempodefizit hat und er zieht dann, wenn es nötig ist, das Foul und stellt sehr, sehr früh oft seinen Körper rein, was gar nicht auch immer ein Foul ist. Kempf ist unfassbar gut, auch im Blocken, was so Umschaltbewegungen angeht, so der letzte blockende Mann zu sein. Marthorne hat ja öfter mal so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Restabsicherung hinter sich. Wer ist jetzt so das Kopfballstärkste, du da? Also wenn man, wenn Gechter fit ist und darauf kommt es, glaube ich, ein bisschen an, könnte ich mir vorstellen, dass er Clemens einfach im Mittelfeld lässt, weil der einfach spielerisch auch so unfassbar stark war und einen spielerischen Part in der Innenverteidigung haben wir ja schon mit Marthorne Dardai, der gut mit dem Ball am Fuß ist. Dann könnte ich mir vorstellen, dass Gechter spielt, der bringt ja vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung einfach schon mit, auch wenn er gar nicht so viel älter ist als Clemens, aber der hat einfach schon auch in der Bundesliga echt viele Spiele gemacht damals. Wie fit ist er? Das muss Paul Dardai dann einschätzen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass Marthorne und Gechter da spielen. Viel mehr Alternativen haben wir ja nicht, weil ansonsten, du kannst ja nur noch wen aus der U23 holen, dann bleiben nur noch da Silva Kiala, Marlon Morgenstern, Matibel und Hofmann. Ey, der ist ein bisschen sehr jung jetzt, ist ja gerade noch bei der U19, aber durfte ja auch jetzt öfter mal bei der U23 ran. Also das wird so die Frage sein, wer ist da fit? Ich denke mal, wenn er kann, wird er Marthorne und Gechter aufstellen. Seefolk in so einem Spiel sowieso Gold wert. Kenny, also ich muss wirklich sagen, ich glaube, Kenny ist so einer, der profitiert von so einem Trainer wie Paul Dardai enorm. Vielleicht hat er jetzt das auch einfach besser angenommen. Aber wirklich, ich fand die letzten drei Spiele echt gut. Selbst gegen Nürnberg, wo mir eigentlich fast keiner gefallen hat, fand ich ihn noch so mit am besten. Also sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball. Dann dieses Spiel gegen, er hat jetzt, glaube ich, auch einfach mehr Selbstbewusstsein. Er kriegt mehr Freiheiten, er kriegt vielleicht auch, weil man ihm jetzt auch mal das Selbstvertrauen gibt. Man lässt ihn Standard schießen. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Aufgabe, die man ihm übergibt, wo man ihm Vertrauen schenkt. Und jetzt vorletztes Spiel das erste Mal ein Tor für Hertha geschossen. Dann hat er gegen Schalke schon diesen Pfostenschuss gehabt. Jetzt letztes Spiel, also bitte, das ist 3-0. Jetzt geht er fast zu 80 Prozent auf Kenny. Erobert den Ball mit dem Kopf in der eigenen Hälfte, spielt ihn auf Reze, rennt direkt die Grundlinie zur Grundlinie runter, direkt parallel zur Auslinie, rennt er da durch, wird angespielt von Reze und schlägt dann noch eine perfekte Flanke auf Tabakovic. Also der muss spielen, für meine Begriffe. Ist auch für so ein Kampfspiel genau der richtige und müsste das nötige Selbstbewusstsein haben. Kommt mir vor, wie angekommen, beziehungsweise kämpft halt dann darum, vielleicht wirklich bald wieder Bundesliga zu spielen. Seevolk genauso. Also in so einem körperbetonten Spiel gegen eine Mannschaft, die viele Fouls spielt, ist Seevolk halt einfach Gold wert. Und er hat mir ja sogar, wenn er dann mal ins Zentrum, in Vers gerückt ist, im Spielerischen gar nicht so schlecht immer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist es eben die Frage. Clemens wird, wenn Gechter in der IV mit Marton spielt, sicherlich spielen neben Bucher Larkes, würde ich mal denken. Wen stellen wir dann auf die Zehen? Ist es dann Florian Niederlechner? Weil der hat unauffällig für meine Begriffe gespielt, aber hatte schon entscheidende Anteile daran, dass wir gewonnen haben. Zum einen für die defensive Stabilität, weil er gegen den Ball viele Räume zugestellt hat und clever agiert hat. Weil er viele Läufe gemacht hat, womit er für Reze und Winkler auch Räume freigerissen hat, indem er Innenverteidiger gebunden hat oder auch Sechser. Er hat diesen tiefen Lauf gehabt, wo er den Elfmeter rausgeholt hat. Hat Pal Dardai danach auch so gesagt, habe ich ja auch so gesehen. Da hatte ich die PK noch gar nicht gesehen. Den Lauf musst du halt erst mal machen. Er hat den wichtigen 1-0-Elfmeter für uns rausgeholt. Will er ihn jetzt damit belohnen und wieder aufstellen? Wir haben ja nicht wirklich Alternativen. Also wen willst du sonst aufstellen? Wir haben keinen Benze, wir haben keinen Ibo, wir haben keinen Palko. Die Alternative wäre Previak. Dann würden wir aber automatisch wahrscheinlich wieder ins 4-4-2 mit und gegen den Ball verfallen, was ich mir nicht wünsche. Wobei Previak natürlich für jedes Spiel auch immer, wenn er dann im Strafraum eindringt, halt schlitzohrig ist und immer mal ein Tor machen kann. Aber fürs Spiel gegen den Ball und mit dem Ball ist er mir dann zu weit weg von der 10er-Position und dann spielen wir wieder 4-4-2. Das wird so ein bisschen die Frage sein, will er Niederlechner auch dafür belohnen, wie er gespielt hat und vor allem auch, wie er auf der Bank jetzt ja eigentlich als Stürmer Nummer 3 trotzdem, das wissen wir ja nicht, aber denke ich mal in der Kabine, die Leute keine schlechte Stimmung verbreitet, obwohl seine persönliche Situation bestimmt er sich auch anders vorgestellt hat vor einem Jahr. Ansonsten könnte es nur noch Bilal Hüseyin, das ist glaube ich auf gar keinen Fall, dass er das macht. Ich glaube, der ist einfach noch zu weit weg. Und dann wäre noch Karbovnik, den fände ich ja immer interessant auf der 8, gerade wenn er dann hinter sich einen spielstarken Clemens hat und einen spielstarken Buchalakis, wenn er so der Balltreibende sein kann, wie man heute immer sagt, Ball-Carrying, um mal eine Linie zu durchbrechen oder so. Ich fände da Karbovnik echt interessant. Ich weiß auch nicht, ob ich Karbovnik auf die Linksverteidiger-Position stellen würde und ob er das macht, der soll ja wohl weiterhin, seit er zu uns gekommen ist, hat er ja immer Schulterprobleme auf beiden Seiten wohl. Und ich weiß nicht, ob in so einem rustikalen Spiel denn das Richtige ist, weil die Stärken von Karbovnik sind für meine Begriffe, vielleicht liegt es auch an der Verletzung, auf jeden Fall mit dem Ball am Fuß, das Technische. Und deswegen würde ich ihn dann gerne mal in so einer Rolle sehen, wo er natürlich auch räumend mit nach hinten arbeiten muss, aber wo er nicht diese tiefen Absicherungen hat, diese intensiven Zweikämpfe, gerade wenn Rostock viele Flanken schlagen will und hier immer in diese Räume vordringt, also an die Strafraumecke oder bis zur Grundlinie runter, dann habe ich da lieber einen Seevolk, der sich in jeden reinwirft, als Karbovnik, der dann vielleicht zu häufig auch offensiv im Ballbesitz ist und dann hier fehlt oder die Restabsicherung nicht so gut hat. Ja, aber ich glaube nicht, dass er Karbovnik da aufstellt. Also ich glaube, es wird sich zwischen Niederlechner und Previak entscheiden, aber ich würde Karbovnik da eigentlich gerne mal sehen. Dreierkette glaube ich gar nicht, dass er das macht. Könnte er natürlich machen. Er könnte Marton links, Gächter in der Mitte und Clemens rechts spielen lassen. Er hat da zwei starke links und rechts, jetzt Gächter dann als Abwehrchef in der Mitte ist natürlich eine sehr, sehr junge Abwehr, aber könnte er machen. Man könnte auch rein theoretisch in der Dreierkette mit Kenny rechts spielen und dann auf den Schienenspieler, aber ich glaube irgendwie nicht, dass er das macht. Glaube ich irgendwie nicht. Er hat auch die ganze Zeit von Viererkette gesprochen. Glaube ich irgendwie nicht. Wenn Gächter jetzt nicht fit genug ist für einen Startelf-Einsatz, dass er das nicht so einschätzt und Clemens hier hinrückt, dann ist die Frage, wer rückt neben Bucher Larkes? Du hättest eine sehr spielstarke Innenverteidigung. Du könntest auch hier wieder Karbovnik einsetzen. Ist dann auch wieder die Frage, wie kann der dann die junge Innenverteidigung noch unterstützen, wo halt einfach Kämpfe und Leistung fehlen. Wäre die spielerische Komponente, der dann sich hier immer so in dem Achterraum auch bewegen kann oder noch offensiver dann mit ins Strafraum gehen kann. Du könntest auch tauschen, natürlich. Das hat ein paar auch angedeutet. Seevolk wieder daneben als sehr, sehr kämpferischer Part und Karbovnik nach links, der dann im Spielaufbau auch hier wieder hier hinrückt. Ansonsten, so viele Alternativen haben wir bei einer Viererkette, finde ich gar nicht. Also bei der Dreierkette hätten wir fast vielleicht sogar noch mehr Alternativen. Was noch eine Möglichkeit im Sturm wäre, aber das glaube ich irgendwie nicht, dass er es macht, wäre natürlich Niederlechner raus, Rehse mal ins Zentrum, wo ist er, Niederlechner raus und dann Gustav Christensen. Dann hättest du drei feilschnelle Spieler vorne auch selber fürs Umschalten und Rehse ist ja schon einer, der die Bälle fordert, der sie an sich zieht und der dann noch näher am eigenen Tor erfolgt wäre, weil er in einer zentraleren Position ist. Das wäre möglich. Du könntest auch mit Scherhand spielen. Scherhand kann sowohl über den Flügel, wobei er mir im Zentrum immer besser gefällt, Scherhand könnte aber auch hängende Spitze. Wäre dann aber wieder eher so ein Previag-Ding. Deswegen glaube ich auch das nicht, dass das so wirklich passiert. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich mir so richtig wünschen würde. Ich glaube, mein Wunsch wäre, wenn er fit ist, ich weiß ja nicht, wie fit er ist, ich glaube, mein Wunsch wäre Karbovnik, also wenn wir jetzt auf Viererkette gehen, Karbovnik, ich würde jetzt auch gar nicht so viel ändern. Ein paar ist ja dann ja dran, wir haben zwei Spiele gewonnen. Ich weiß auch gar nicht, ob Dreierkette jetzt genau das Richtige ist, aber ganz ehrlich, ein Umstellen bedeutet ja auch nicht immer gleich, dass du komplett unsicher wirst. Es kann dir sogar mehr Sicherheit geben, je nach Gegner. Wir wissen aber halt auch nicht, wie Rostock spielt, ob die jetzt bei Viererkette bleiben oder auf Dreierkette gehen. Ich würde, glaube ich, wenn es geht, so spielen, wenn Gächter fit ist mit Karbovnik auf der Achterposition. Wenn es Dreierkette gäbe, würde ich so spielen. Entweder die defensive Variante mit Seevolk, Gächter, so, jetzt hier die Dreierkette, dann kannst du auch Karbovnik da aufstehen, jetzt sind Seevolk und Kenny, Marton, Gächter, Clemens, Karbovnik, Buchalakis und vorne dann im Halbraum Rezo und Winkler und davor Tabakovic. Oder ich würde Clemens, Kenny mit in die rechte Innenverteidigung, was, glaube ich, auch funktionieren könnte, aber wie gesagt, uns fehlt vielleicht sowieso schon Kopfballstärke, ist dann vielleicht auch nicht die beste Variante, aber das wäre vielleicht auch möglich. Seevolk dann auf rechts, Reze auf links auf die Schiene, Karbovnik raus und Scherhand und Winkler hinter den Spitzen, auch das wäre möglich. Aber wir haben ja schon von Pahl gelernt und das siehst du auch an den Werten, bisher hat Reze ja eher Probleme damit, weil er häufig echt hoch steht, weil er dann direkt schon drei Meter mehr für diesen tiefen Lauf haben will und in Szene gesetzt werden will, steht Reze so häufig hoch, dass er zu wenig nach hinten arbeitet, also wäre vielleicht auch nicht die perfekte Lösung. Also ich weiß es nicht, ich vertraue auf Pahl Dardai, aber das wären auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, die er hat. Mal gucken, was er dann am Ende wirklich macht. Ich finde, Kenny muss unbedingt spielen, Seevolk muss spielen und Clemens muss spielen, weil die haben sich das einfach verdient in den letzten Wochen. Über Reze, Winkler, Tabakovic brauchen wir nicht sprechen. Vorne bin ich mir unschlüssig, Burralakis will ich eigentlich mit einbinden, aber eher so im offensiveren Part. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr glaubt, wie ihr die Pressekonferenz interpretiert habt und was für eine Startelf ihr euch wünschen würdet von außen. Wir sind ja nicht dabei, wir wissen nicht, wer absolut fit ist, wir sind es ja nicht gewöhnt. Reze hat ja auch wieder komplett durchgezogenes Spiel. Kann auch sein, dass der irgendwann mal platt ist, nach drei Spielen so einer Woche. Aber der wird trotzdem von Anfang an spielen, egal was es ist. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr gerne spielen würdet und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber zu den Tipps. Die Tipps, die Tipps. Ja, Fortuna Düsseldorf gegen Wiesbaden. Wiesbaden mit genauso vielen Punkten wie Hertha. Es ist wirklich unglaublich. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie das komplett die Saison durchziehen können, weil einfach diese Art und Weise dann immer, das ist ja auch eine Qualität, bis zum Schluss konzentriert zu bleiben und häufig spätes 1 zu 0 zu machen. Haben sie jetzt gegen Rostock gemacht, haben sie gegen Hertha gemacht, haben sie gegen KSC gemacht. Aber ich glaube, auf Dauer geht das nicht gut. Düsseldorf zwischenzeitlich mal mit so einer kleinen schwächeren Phase, wo sie dann gegen Osnabrück zu Hause nicht gewonnen haben, auswärts beim HSV verloren haben. Was heißt schwächere Phase? Punktemäßigkeit. Aber ich finde Düsseldorf schon spielstark. Sie haben sich, Grüße gehen raus an Goldmann, in Unterhaching schwergetan, haben aber am Ende trotzdem dann eben 6-3 gewonnen, haben gegen Kaiserslautern nach 0 zu 3 Rückstand noch 4-3 gewonnen, haben 4-1 gewonnen gegen Eintracht Braunschweig. Ich glaube, das wird ein 2-0. Es gibt wieder ein bestimmtes Eckentor, so wie immer gefühlt bei Düsseldorf. Die sind unfassbar stark nach Ecken. Ich glaube, Wiesbaden wird da auswärts keine Chance haben, bei Düsseldorf. Elversberg gegen St. Pauli. Wahrscheinlich sind die Spiele schon rum, wenn ihr das Video guckt, weil die fangen nämlich gleich an. Elversberg gegen St. Pauli. Ja, St. Pauli, weiterhin die einzige Mannschaft, die ungeschlagen ist. Elversberg gefällt mir unfassbar gut. Also was Horst Steffen da gemacht hat, 4. Liga Aufstieg in die 3. Liga durchmarschiert und jetzt mit 18 Punkten. Und das ist nochmal, finde ich, was anders zu bewerten, als bei Wien Wiesbaden, weil sie einfach einen ganz anderen spielerischen Ansatz haben und das mit vielen Spielern, die noch vor ein paar Jahren Viertligaspieler waren, die sie ja mitgenommen haben. Sie spielen mutig und ganz ehrlich, wenn die ein bisschen mehr Glück gehabt hätten am Anfang der Saison, weil da haben sie auch schon gut gespielt, dann wären die jetzt ganz, ganz oben mit dabei. Ist es eine Mannschaft, glaube ich, die St. Pauli ärgern könnte? Die haben ja eh nichts zu verlieren. St. Pauli, ja, weiterhin ungeschlagen. Das wäre ja auch witzig, wenn Elversberg gegen St. Pauli gewinnt, die erste Mannschaft, die gegen St. Pauli gewinnt, dann hätte Elversberg in der Hinrunde zwei Hamburger Vereine geschlagen zu Hause. Ich glaube, es wird schwer für St. Pauli. St. Pauli hat aber auch gut rotiert gegen Schalke. Gegen Schalke war es nicht überrangt, aber sie haben es am Ende gewonnen. Gegen, ähm, tja, davor, was war davor? Das waren so viele Spiele, ich kann mir das gar nicht mehr alles merken, aber auf jeden Fall, ach, schwierig, ich weiß nicht so richtig, entweder tippe ich 1-1 oder 2-1, ich sage 2-1 St. Pauli, aber ich weiß nicht, irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass sie in Elversberg jetzt das erste Mal stolpern, was für uns ja gar nicht so schlecht wäre. Kaiserslautern gegen Fürth. Kaiserslautern, wie gesagt, habe ich schon oft genug gesagt, völlig falsch eingeschätzt, hätte ich niemals gedacht, dass sie da oben mitspielen, jetzt im Pokal auch weiterbekommen, wobei, das habe ich ja vermutet, gegen Köln, Gräuter Fürth kriegt ja überhaupt keine Konstanz rein, also überhaupt nicht, dann gewinnen die zu Hause 4-0 und fliegen im Pokal gegen Homburg raus, also es ist unglaublich, die kriegen keine Konstanz da rein, aber auch schon länger nicht, und ich, gut, im Pokal sind sie häufig, sehr häufig gegen Unterklassige rausgeflogen in den letzten Jahren, aber unabhängig mal davon, auch in der Liga kriegen sie ja keine Konstanz rein, ich glaube, ja, manchmal ist es so, du verlierst dann im Pokal gegen Unterklassigen und gewinnst dann am Wochenende wieder irgendwie auf dem Betzenberg, Kaiserslautern erinnert mich so ein bisschen an Union in den letzten Jahren, sehr viel Engagement, irgendwie alle 50-50-Entscheidungen, wo der Ball hinfallen könnte, ist für sie, fällt denen vor die Füße, in den Pfosten rein, das nötige Schiedsrichterglück haben sie dann ab und dann auch noch gehabt, ein Betzenberg im Rücken, gerade im Pokal weiter, nee, ich glaube, Kaiserslautern kriegt immer Gegentore, aber ich glaube, das ziehen sie, ich sage 3-2, Kaiserslautern. Nürnberg-Schalke auch extrem schwer, Nürnberg drei Pflichtspiel-Siege in Folge, wird immer besser, ist eine Mannschaft, die es spielerisch lösen will, aber trotzdem auch aggressiv in die Zweikämpfe geht, Schalke, wie soll man das jetzt einschätzen, haben 3-0 erst verloren gegen KSC, viel umgestellt, dann dieser Willenssieg gegen Hannover, die aber auch nicht sonderlich gut waren, jetzt auf St. Pauli wieder nicht gut gespielt, aber wenn es keine Verlängerung gegeben hätte, hätte es 1-1 am Ende gestanden, hätte man sich in der Liga sicherlich gefreut, aber da hat St. Pauli auch viel rotiert, boah, das ist echt schwer, holt Nürnberg wirklich einen vierten Pflichtspiel-Sieg in Folge, dann müsste man wirklich sagen, muss man die ja ganz hoch im Kurs einrechnen, aber ich sage 1-1, ich bleibe bei meinem 1-1. Osnabrück gegen Kiel, also Osnabrück ist ja jetzt schon gefühlt abgeschlagen, sechs Punkte Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz, Hansa Rostock, die müssten zwei Spiele gewinnen, gleichzeitig müssen die zwei Klubs, KSC und Hansa Rostock und auch Schalke nicht gewinnen, damit sie da punktgleich werden, haben auch noch eine sehr schlechte Tordifferenz und haben ja auch erst sechs Punkte geholt, das Lustige ist aber, dass sie davon drei gegen Hamburg geholt haben, sehe ich nicht, dass sie das Spiel gewinnen, Heimspiel ist immer so eine Sache, aber ich glaube Kiel, die haben im letzten Spiel zu Hause verloren, ne, ich sage Kiel gewinnt das 2-0. Hamburg gegen Magdeburg, also das ist eigentlich ein Gegner, der Hamburg zu Hause liegt, die wollen mitspielen, Magdeburg ist für so unfassbar viele Fehler gut, ist ja immer noch die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz, hätten die spielstärkere Verteidiger und nicht Heber und Lawrence, würden die ganz woanders stehen, also die haben denen schon so unfassbar viele Punkte und Siege gekostet, ich glaube Magdeburg ist eine Mannschaft, die die Schwächen des HSV ganz gut bespielen kann, nämlich häufig dann im Zentrum die Lücken, sind ja auch spielerisch weiter eine sehr, sehr gute Mannschaft, haben aber auch einen Negativstrudel, was Ergebnisse angeht, ich glaube es wird ein torreiches Spiel, sagt 3-2 HSV, aber so eine Spiele entscheidet der HSV im Volksparkstadion für sich. Karlsruhe, Paderborn, Paderborn, echt einen richtigen Auftrieb gehabt, schon vor dem Spiel gegen uns, gegen uns dann ein kleiner Rückschlag, 3-1 verloren, aber auch da, wenn sie da richtig kaltschnäuzig gewesen wären, hätten sie da mehr holen können, Gewinn in Freiburg im Pokal 3-1. Freiburg ist jetzt auch, also hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das passiert. Häufig ist es ja so, was auch ein schlechtes Argument für Hertha wäre, wenn unterklassige Mannschaften im Pokal gewinnen, dann sagt man ja, jetzt müsste es ja in der Liga noch leichter von der Hand gehen, dass sie dann in der Liga gegen vermeintlich schwächeren Gegner es nicht schaffen. KSC ja auch immer so wechselhaft am Spielen, ist ja auch keine schlechte Mannschaft. Spiel zu Hause, das ist echt schwer. Könnte ich mir bei beiden ein 2-1-Sieg vorstellen. Oder ein Unentschieden. Das ist echt schwer. Ich sage, ich würde es mit Karlsruher Brille den Karlsruhern gönnen, vor allem, weil sie danach bei uns spielen, dann können sie da mit 0-1 zufrieden sein bei uns. Aber ich glaube, irgendwie Paderborn macht das. Sie sind echt nicht schlecht unter quasi. New York Muslia in Topform, Bibia wird immer besser. Ich sage 2-1 Paderborn, auch wenn ich es unseren Freunden natürlich gönne. Hannover-Braunschweig, Derby. Braunschweig immer noch mit Interimstrainer Pfitzner, ohne Uja. Brauchen viel zu viele Torchancen, wenn sie denn dann mal welche haben. Noch abgeschlagener als Osnabrück. Sieht ganz, ganz schwierig aus, dafür Braunschweig. Ich sage, dass Hannover enttäuscht ist von der 3-2-Niederlage auf Schalke und zu Hause 3-0 gewinnt. Vielleicht sogar 4-0. Die haben jetzt sogar Osnabrück zu Hause 7-0 abgeschossen. Ich sage 3-0. Ja, und Rostock, Hertha. Also da kommt es jetzt wirklich drauf an. Kriegen wir auch im dritten Spiel in einer Woche es hin, so zu spielen wie gegen Mainz. Gegen den Ball, mit dem Ball, Intensität, jeder kämpft für den anderen, absolute Mannschaftsleistung, dann bin ich mir sicher, gewinnen wir 2-0. Kriegen wir es auch hin, die Rostocker weiterhin in ihren Negativstrudel zu ziehen. Bleiben wir effektiv vorm Tor? Bleibt Rostock uneffektiv vorm Tor? Wenn Rostock aber zu Hause in so einem stimmungsvollen Spiel in Führung geht und wir nicht alles auf den Platz bringen können, vielleicht auch, weil wir müde sind oder weil wir in der Innenverteidigung mit der Umstellung nicht klarkommen, kann es auch sein, dass wir 3-1 verlieren. Also wenn wir so spielen wie gegen Nürnberg, wenn wir auf einmal wieder so einen Rückfall haben, ich weiß ja nicht, wodurch das entstanden ist, ob die Pause zu lang war, das müsste ja dann jetzt für uns gut sein, dass wir eigentlich zwischen den Spielen, kannst ja kaum richtig trainieren, kannst ja nur ein bisschen Einheiten machen. Vielleicht ist dieser Spielrhythmus für uns auch gut, dass wir so oft in der Woche hintereinander spielen. Wenn wir so einen Rückfall haben wie gegen Nürnberg, dann verlieren wir auch in Rostock 3-1 oder 2-0. Also sage ich euch ganz ehrlich. Und das letzte Spiel von Rostock gegen Kiel hätten sie ja zu Hause auch gewinnen können. Aber ich bin irgendwie guter Dinge, dass wir nicht so einen Rückfall haben, dass Paul Dardai die Mannschaft einschwört, dass es jetzt so ein Teamgefüge ist, nach diesem Sieg jetzt auch im Pokal, dass es so viel Selbstvertrauen bringt, dass wir es diesmal schaffen, den dritten Pflichtspiel-Sieg in Folge einzufahren und auswärts 2-0 zu gewinnen. Das ist meine Prognose. Schreibt doch gerne mal eure Tipps rein. Ja, es ist jetzt ein bisschen spät geworden, muss jetzt auch noch weiterarbeiten, aber früher habe ich es einfach nicht geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Morgen gibt es dann nochmal ein News-Video. Es sind ja ein paar News rausgekommen zu Timon Pauls, Tabakowitsch nominiert und so weiter für die Nazio. Mache ich morgen nochmal ein kurzes Video. Das hätte jetzt sonst den Rahmen hier gesprengt. Ich muss jetzt auch weitermachen. Danke fürs Zuschauen, danke für die Unterstützung. Wenn ihr mich unterstützen wollt, liked dieses Video gerne oder lasst einen Kommentar da. Ansonsten genießt das Wochenende und auf einen Auswärtssieg für uns. Und dass alle wieder heil nach Hause kommen. Hau he. Ciao, ciao.